Röntgen spaziert und mitgemacht. Wir laden Sie herzlich ein zum großen Lindenstraße-Kurzfressen. Feiern Sie mit uns vom 30. Juli bis zum 2. Juli in Köln, Bocken, mit Kirmestreiben, vielen Attraktionen und allen Lindenstraße-Stars. Also, wir freuen uns auf Sie! Guten Appetit, falls Sie gerade Abendbrot essen. Bei uns stehen jetzt die Wochengewinner der Goldenen 1 auf dem Speiseplan. Schauen Sie doch einfach mal drauf. Einen Ford Fiesta Trend gewinnt das Los mit den Endziffern 047-9173. Eine TUI-Flugreise auf die Seychellen, Insel Praslin, gewinnt das Los mit den Endziffern 149-8615. Einen Xantia von Citroën gewinnt das Los mit den Endziffern 241-0261. Und eine TUI-Flugreise nach Cancun, Mexiko, gewinnt das Los mit den Endziffern 261-0709. Ja, wie Sie sehen, kann so ein Los schon Gold wert sein. Sie können aber auch Freunde gewinnen lassen. Schenken Sie ihnen doch einfach ein Jahreslos der Goldenen 1. Es müssen ja nicht immer Blumen sein. Musik Untertitelung des ZDF, 2020